Ja, schönen guten Tag. Keine Sorge, ich will hier nichts vorlesen. Für viele von uns ist der 9. November 1989 wenigstens als ferner Erinnerung noch präsent. Ich würde gerne noch ein paar Jahre weiter zurückgehen in die Situation damals, in der wir noch Jugendliche damals in meiner Altersklasse aufgewachsen sind, gelebt haben. Wir hatten damals eine Teilung nicht nur Deutschlands, sondern auch der Welt in Blöcke, in große militärische Blöcke, in große politische Blöcke. Geleitet wurden diese Blöcke jeweils von sehr unterschiedlichen Männern. Die USA hatten seit 1981 einen US-Präsidenten, einen Präsidenten ihrer Nation, der mit Werten, die in den USA ein bisschen in Vergessenheit geraten waren, mit Werten wie Christentum, christlichem Hintergrund, wie Familie, aber auch mit Freiheit, mit Selbstbewusstsein die Wahl zum Präsidenten gewonnen hatte. Er war in seiner ersten Amtszeit, er hat auch noch eine zweite Amtszeit erreicht. Aber bei diesem Präsidenten fiel damals eins auf, mir als beginnend politisch interessiertem Jugendlichen. Er wurde angefeindet, wie nach meiner Erinnerung kein anderer vorher. Ronald Reagan war der zweitklassige Schauspieler, der B-Prominente, der zum Präsidenten geworden ist, wobei es niemanden gestört hatte, dass sein Vorgänger ein Erdnussfarmer war, der zum Präsidenten geworden ist. Das hat man eher ungläubig bestaunt. Ronald Reagan wurde vor allen Dingen in unserem Land sehr stark lächerlich gemacht, sehr stark angefeindet, angezweifelt, ob er dieses Amt überhaupt ausfüllen kann, was er da macht als Cowboy, als Western-Schauspieler. Und diejenigen, die damals geschrieben haben, das geschriebene Wort zählte sehr viel, das gedruckte Wort war praktisch die Wahrheit. Die haben eigentlich besser gewusst, dass Ronald Reagan damals schon lange politisch aktiv war, dass er Vorträge gehalten hat über die Entwicklung des Landes, dass er auch Gouverneur war. Das wurde alles ausgeblendet zu Ungunsten seiner. Er wurde dargestellt als ein schlechter Schauspieler, der einen noch schlechteren Präsidenten abgeben würde. Wir wissen es heute besser. Wir wissen heute, dass dieser zu seiner Amtseinführung, damals der älteste US-Präsident, dass dieser Entscheidungen getroffen hat, die wichtig waren für die spätere Entwicklung. Sein Gegenpart in der Sowjetunion war ein vergleichsweise junger Mann. Der zweitjüngste Generalsekretär der Sowjetunion, der in dieses Amt gekommen war, erfolgte auf einer Reihe von sehr alten Kandidaten. Leonid Brezhnev war gestorben, in kurzer Folge danach auch Namen wie Andropov, wie Czernienko. Das waren sehr alte Männer, ins Amt gekommen offensichtlich, weil man vermutete, da wie hier, dass sie in ihrem Alter nichts Schädliches mehr anrichten können, dass sie keine Gefahr mehr darstellen. Entsprechend schnell sind aber auch diese Männer dann aus ihren Ämtern gestorben. Es war fast wie bei Päpsten, muss man sagen. Diese Sowjetunion, der ganze Ostblock schien in irgendeiner Form politisch zu mumifizieren. Es war keinerlei Bewegung zu erkennen. Und dann kam Gorbatschow. Mitte 50. Heute kann ich sagen, das ist natürlich das Alter, in dem man am meisten ausrichtet, in dem man noch die Bäume ausreißen kann, mit der Erfahrung und den Kräften, die man hat, genau am richtigen Moment steht. Aber dieser Mikhail Gorbatschow wurde nicht nur begrüßt. Er wurde ebenfalls als Risiko gesehen. Es wurde vermutet, dass er viel umreißen wird in der Sowjetunion, dass sich viel ändern wird, dass vielleicht eine Dynamik da reinkommt, die dem ganzen Weltgefüge schaden könnte, die eine Gefahr werden könnte. Wir erinnern uns alle an die Zeit, oder jedenfalls die, die in den 80ern nicht gerade erst auf die Welt gekommen sind. Wir erinnern uns an die Gefahren des Atomkriegs, an das Gleichgewicht des Schreckens, mit dem der Frieden gehalten wurde in der ganzen Welt und vor allen Dingen in Europa. Und wir erinnern uns natürlich auch an die Teilung, die gar nicht weit von hier und noch viel näher an meinem Heimatort Braunschweig quer durch unser Land lief. Und das sah unverrückbar aus. Es sah so aus, als würde nur dieses Gleichgewicht, die atomare Abschreckung uns den Frieden sichern können. Und jede Änderung, die vielleicht auch unvorhersehbar eintrat, wurde als Risiko gesehen. Noch bis Ende 88 war ich zum Beispiel wie viele andere im Wehrdienst. Wir mussten eine sehr große Armee stellen innerhalb des NATO-Gefüges. Und es war keinerlei Tauwetter, Entspannung und Ähnliches zu erkennen für uns Normalbürger. Auf der politischen Ebene zeigte sich aber sowohl Ronald Reagan mit seiner harten Linie, die bei weitem nicht so hart war, wie sie immer noch unterstellt wird, als auch Gorbatschow mit seinen Auftau-Bemühungen im Ostsystem, haben nicht unbedingt eine Annäherung geschafft. Und sie haben auch letztendlich nicht das bewirkt, was wir heute feiern wollen, nämlich den Fall der Mauer. Aber sie haben die großrahmigen Bedingungen geschaffen, dass eine Konfrontation ausblieb. Zum Glück für uns alle. Denn damals gab es auch Protestbewegungen. Hier wie im Osten. Hier vor allen Dingen Anfang der 80er zum Thema Aufrüstung. Und die Argumente, die da kamen, die klangen wie das, was ich als sogenannter Zonenrandbewohner, so was war ich mal, so was gab es früher, was ich damals aus dem Fernsehen DDR, jeder, der in Empfangsreichweite wohnte, hatte auch Empfangsteile in seinem Fernseher, um die zwei Programme der DDR mitzusehen. Wer ein bisschen Geld ausgegeben hat, hat auch die in Farbe gesehen. Und das, was da an Ton kam, was da an Sprache kam, das wirkte nicht sehr vertrauenerweckend, nicht sehr zuversichtmachend, sondern es war die Sprache des Kalten Krieges. Es klang ein bisschen wie Nordkorea. Man hat das teilweise auch, wenn man natürlich kein Koreanisch kann, sieht man heute noch die Moderatoren dieses letzten kommunistischen, Steinzeit kommunistischen Landes, sieht man so ein bisschen den Tonfall, wenigstens noch so wie damals die aktuelle Kamera und vor allen Dingen der Schwarze Kanal, den habe ich Montagabend auch immer gern gesehen, berüchtigt. Eine Propagandasendung, sondersgleichen, ein harter Tonfall. Und man sollte glauben, wenn da so gesprochen wird, dann wird sich nie etwas bewegen. Und so lief es auch sehr lange in unserem Land, so lief es sehr lange zwischen unseren beiden Ländern. Denn viele, das muss man auch sagen, gerade die politische Ebene hat zwar immer beschworen, wir müssen uns wieder einigen, wir müssen uns wieder vereinigen. Aber viele, wir Normalbürger, haben ganz klar die DDR eher so etwas wie Österreich gesehen, als so etwas wie ein Land, in dem man zwar unsere Sprache spricht, das aber schon längst weg ist. Und zu dem wir eigentlich, außer denjenigen, die noch Verwandte haben, die noch Bekannte drüben haben, die gelegentlich rübergefahren sind und berichtet haben, wie es dazugeht, zu denen wir keine Beziehung mehr hatten. Westberlin war so eine Ausnahme. Die Insel der, naja, teilweise nicht so See liegen da mittendrin. Die Lage völlig unvorstellbar für Jugendliche aus heutiger Zeit, wie das da sich anfühlte. Aber viele sagten sich, diese Teilung wird wahrscheinlich für immer bleiben. Das muss man heute sagen. Und wenn es zum Kräftemessen kam, im Sport, auch immer ein politisches Ereignis, der Westdeutschland gegen den östlichen Teil Deutschlands, da hieß es auch nicht nur von den Moderatoren, sondern auch von uns häufig, Deutschland gegen DDR. Und das war eine belanglos hingeworfene Formulierung, aber das zeigte eigentlich, dass man schon entrückt war voneinander. Bis dann das Jahr 89 begann. Da haben wir dann selbst in den Ostfernsehsendungen gemerkt, es tut sich was. Da kommt was in Bewegung aus dem Schutzbereich der Kirchen heraus. Da wurde nicht nur montags gebetet, dann fingen die Montagsdemonstrationen an. Der 9. November war dann der Endpunkt in der Entwicklung da drüben. Wir haben gesehen, teilweise ungläubig, wie die Leute im Sommerurlaub über Ungarn oder über Tschechien plötzlich nicht mehr nach Hause fuhren, sondern zu uns kommen wollten. Teilweise die Botschaftsbesetzungen miterlebt oder wenigstens davon gehört. Vorstellen konnten wir uns das nicht, dass die Leute ihre Heimat verlassen. Denn diejenigen, die mal drüber waren, die haben dann von ihren Verwandten berichtet, wie es da war. Die Leute gehen falten statt wählen. Die haben den Wahlzettel gefaltet. Und wer nachmittags noch nicht falten gewesen ist, der brichte dann Besuch, ob er denn noch zur Wahl geht, damit er sich da beteiligt. Und so kamen die sagenhaften Ergebnisse auch zustande, die bis zuletzt die SED und die Blockparteien da erreicht haben. Auch das ist ein Zeichen, dass sich da nichts ändert. Und es wurde nur spaßhaft berichtet, ja, das VEB horch und guck. Mehr trauten sich diejenigen, die im Osten lebten, nicht zu sagen über einen Repressionsapparat, der sie beobachtet hat, der Zersetzung betrieben hat, der in ihre Häuser, in ihre Wohnungen gegangen ist und auch Spuren hinterlassen hat. Als sichtbares Zeichen. Wir waren da. Wir sind der Staatsapparat. Wir beobachten dich. Und das nur deswegen, weil du einen Ausreiseantrag gestellt hast, diejenigen, die zu fliehen versucht haben, ja, denen ging es noch schlechter. Die wurden lange inhaftiert. Wir mussten viele auch aus diesen Haften herauskaufen, als Bundesrepublik. Und diejenigen, die nichts anderes wollten als raus, die bekamen außerordentliche Schwierigkeiten in diesem Apparat. Das konnten wir uns hier alles nicht so vorstellen. Wir bekamen es nur berichtet. Unsere größte, dramatischste Erlebniswelt war die Transitreise nach Berlin. Nicht zuletzt deswegen, weil das Tempolimit sehr streng überwacht wurde. Radarfallen in einer Raffiniertheit, die man sich nicht vorstellen konnte. In anscheinbaren Pannenfahrzeugen, hinter Büschen, unter Tarnnetzen oder in Waldschneisen wurde geblitzt. Und das war das Dramatischste, was der normale Westbürger im Osten erlebte. Diejenigen, die da leben mussten, die können ganz andere Geschichten erzählen. Und auch das kam erst nach dem 9. November raus. Wir sollten feiern, dass diese Freiheit und der Wegfall dieser Repressionen stattgefunden hat. Glauben konnte man es nicht. Vor 30 Jahren nachmittags konnte keiner ahnen, dass ein Herr Schabowski, der noch nicht mal die ganz erste Garnitur da drüben war, mehr oder weniger aus Versehen in einer Pressekonferenz abends, die so ungefähr langweiligste Sensation des Jahrhunderts verkündete, nämlich mit einer Art preußischen Beamtensatz etwas vorlas, war es eine Mitteilung, die er selber offensichtlich noch gar nicht vollständig verstanden hatte und dann auch noch auf Nachfragen sagte, ja, wann ist das denn sofort unverzüglich, das Preußentum, das die ja eigentlich bekämpfen wollten, das leuchtete nochmal in dieser Beamtensprache kurz durch. Und sofort unverzüglich hieß, es begann auch sehr bald. Ich konnte es nicht glauben, wie viele andere habe ich das wie Millionen Bundesbürger versucht am Fernsehen zu verfolgen, obwohl die Grenze so nah war, obwohl man da trotzdem aber auch nie hingefahren ist, muss man auch sagen. Man hat sich das, Marienborn, Helmstedt, ist gut 40 Kilometer von meiner Heimatstadt weg. Das kannte ich erst nach der Grenzöffnung, wie es da zuging, wo sogar Fahrzeuge durchleuchtet wurden, ob jemand einen Fluchtversuch machte, im Kofferraum oder in anderen Hohlräumen. Und das alles war so unvorstellbar, dass man es auch am Fernsehen nicht glauben konnte. Ein paar von meinen bekannten Freunden sind dann tatsächlich mit Kiwis und Ballern losgefahren und haben offene Grenzübergänge gesucht, auch einige gefunden, auf entlegenen Dörfern. Manche waren immer noch zu, manche wurden erst in den nächsten Tagen oder Wochen geöffnet und dann ging es zum Trabi-Klopfen. Eine ganz merkwürdige Erfindung. Das fand dann auch die ersten Tage statt und am nächsten Tag waren sie alle da. Eine völlig überraschende, unvorstellbare und dramatische Wendung, die wir durchaus feiern sollten. Denn das Einzige, was es vorher gab, waren mehr oder weniger spektakuläre Fluchtversuche, wenn sie gelungen sind. Leute, die in selbstgenähten Heißluftballons geflüchtet sind. Wenn man sich das vorstellt, die Arbeit, die Energie, die die Leute investieren mussten, da rauszukommen, die raus wollten, die mit Schlauchbooten über die Ostsee gefahren sind. Aber wenn man in der Situation gesagt hat, diese innerdeutsche Grenze muss weg, die muss verschwinden, dann wurde man so angeschaut und angestarrt, wie heute, wenn man sagt, die außerdeutsche Grenze muss geschlossen werden. Das glaubt heute keiner, dass das möglich ist, so wie es damals keiner glaubte, dass die innerdeutsche Grenze möglich ist. Aber es muss beides sein. Wir müssen natürlich nach außen uns so sichern, wie wir im Inneren einig sein müssen. Das ist das, der große Punkt, die große Lehre, die große Parallele auch. Auch heute haben wir einen US-Präsidenten, der verhöhnt, verspottet wird. Wir hatten damals einen Kanzler, der, man spricht immer über die Verrohung der Sitten, einen Kanzler, der von dem Leitmedium der politischen Journalistik, dem Spiegel, gerne als Birne bezeichnet wurde, angeblich wegen seiner Kopfform. Das ist auch noch nicht so ewig her. In den 80er Jahren war dieser Kanzler, der das erste Mal für eine bleiernde Zeit des Stillstandes in der westdeutschen Bundesrepublik gesorgt hatte. Im Jahr 6 seiner Kanzlerschaft hat wirklich auch keiner in unserem Land, in unserem Teil des Landes, an Veränderungen geglaubt. Die fand auf der anderen Seite statt. Die fand da von den Bürgern aus statt, die zu 10.000, dann zu 100.000 auf die Straße gegangen sind. Bei uns, und das hat man diesem Kanzler später angemerkt, hat auch eine Nachfolgerin gefunden, die das sehr perfektioniert hat, den Stillstand. Es ist also von damals zu heute kann man nicht sagen, dass die Sprache verroht ist. So Leute wie Alfred Dregger, wie Holger Börner, Franz Josef Strauß, was die vom Stapel gelassen haben, das wäre ja heute schon strafbar, wenn man das mal zusammenfasst. Unglaublicher Tonfall, aber eben auch unglaubliche Zuspitzung, ähnlich wie heute. Damals hat dann dieser Kanzler später sich verhoben mit den blühenden Landschaften. Das war sein, wir schaffen das. Ist auch nicht so eingetreten, wie er sich das vorgestellt hat. Aber das ist im großen Rahmen das, was bis zum 9. November 1989, abends um 18.53, der Stand war, wie man so lebte hier auf unserer Seite. Und ich hoffe, wir hören jetzt auch vieles von dem, was auf der anderen Seite der Grenze sich zutrug, die zum Glück heute vor 30 Jahren und ein paar Stunden dann eingerissen wurde. Schönen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.